Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich arbeite bei iPlant3 und wir haben hier in Friedrichshagen eine Fläche von Traubenkirschen befreit. Traubenkirschen, amerikanische Neophyten. Wir wollen hier einheimische Rotbuchen pflanzen. Dafür bekämpfen wir die Traubenkirschen und damit wir die Stämme und die Bäume davon abhalten, wieder auszutreiben, sofort nach der Bekämpfung, überstülpen wir sie in diesen Plastitüten. Wir hoffen, dass dann unter diesen Plastitüten entsprechend ein feuchtes, heißes Mikroklima entsteht, was Pilzwachstum fördert, wodurch der komplette Baum abstirbt und entsprechend sich nochmal austreibt. Wir haben heute einen gemeinsamen Einsatz mit freiwilligen Helfern hier gehabt und haben ungefähr einen Hektar von der Traubenkirsche befreien können. Das sieht man hier vor uns. Wir werden in den nächsten Tagen auch noch weiter arbeiten und hoffen, dass wir dann am Ende drei Hektar von der Traubenkirsche befreit haben und junge, kleine Rotbuchen hier wachsen können in Zukunft. Wie viele? Wie viele Rotbuchen? Es werden ungefähr 20.000 Rotbuchen pflanzen. Also auch wir gucken, oder? Was ist das?